Haaretz wird als säkulare, kritische Stimme in der israelischen Medienlandschaft angesehen. Nicht alle Mitglieder der Regierung sind mit der Berichterstattung zufrieden. Der Kommunikationsminister plant Maßnahmen gegen die Zeitung. Die israelische Regierungskoalition ist verärgert über Haaretz und bereitet Maßnahmen gegen die liberale Zeitung vor. Haaretz berichtet, dass Kommunikationsminister Schlomo Kahi einen Maßnahmenkatalog vorgelegt hat, der unter anderem alle Zahlungen staatlicher Stellen an das Blatt verbieten würde, etwa Gelder für Anzeigen oder für Bekanntmachungen der Regierung. Kahi, der Mitglied der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu ist, warf der Zeitung vor, als Sprachrohr für die Feinde des Landes zu agieren. Die Zeitung zitiert aus einem Brief des Ministers an Haaretz. Darin heiße es weiter, die Zeitung betreibe Desinformation und zersetzende Propaganda, um die Kriegsziele Israels zu unterminieren. Staatliche Abonnements könnten wegfallen. Kahis Maßnahmenkatalog umfasst den Haaretz-Angaben zufolge auch die Kündigung aller Abonnements, die an staatliche Stellen oder deren Mitarbeiter gehen. Dazu gehören demnach die Armee, Ministerien, die Polizei und Gefängnisse sowie sämtliche staatliche Unternehmen. Kahis Papier liege zur Entscheidung bei Kabinettssekretär Jossi Fuchs, eine juristische Bewertung stehe noch aus, heißt es weiter. Kahe drohte dem Blatt außerdem indirekt mit dem Kriegsrecht. Es könnte sein, dass einige Veröffentlichungen der Zeitung sogar die Grenzen des Erlaubten überschreiten, die laut Strafgesetzbuch in Kriegszeiten gelten. Zeit, Haaretz zu lesen Zeitungsherausgeber Amos Schocken äußerte sich kämpferisch, wenn die Regierung Haaretz schließen will, ist es Zeit, Haaretz zu lesen. Journalistengewerkschaft ist entrüstet Die israelische Journalistengewerkschaft UJI verurteilte den Schritt als opopulistischen Vorstoß ohne Sinn und Logik, der sich gegen verantwortungsbewusste Journalisten richtet, die Tag und Nacht arbeiten, um unabhängig über den Krieg zu berichten. Man sei sicher, dass die Haaretz-Redaktion ihre wichtige Arbeit zum Wohle Israels fortsetzen und sich nicht von den dummen, leeren Drohungen einschüchtern lässt, so die UJI weiter. Die liberale Haaretz erscheint seit 1919 auf Hebräisch, seit 1997 gibt es auch eine englische Ausgabe. Sie gilt als säkulare, kritische Instanz des Landes und setzt sich für eine klare Trennung von Staat und Religion ein.